Kaja-Gläubige, freut euch! Unsere Jahre im Schatten sind vorbei! Ein neuer Morgen dämmert am Horizont! Ein neuer Tag, der bald anbricht! Und wenn es so weit ist, wird der falsche Sonnenkönig tot sein! Und das heilige Meridian gehört wieder uns! Und ich, ich bin ein Verkünder der Prophezeiung! Alle Hälften der Natur vereint für die eine Sache! Schatten zur Sonne, Licht zum Dunkel, Nacht zum Tag! Seht her! Bleibt sitzen! Seht ihr nicht den Beweis des Segens der Sonne vor euren Augen? Wie sonst könnten Schatten wie diese im Licht des Tages herumstreifen? Wären sie nicht gebilligt von der Sonne und unserer Sache verbunden? Vor vielen Jahren, als der große Ring geweiht wurde, endeten viele Gläubige auf Anordnung des strahlenden Jiran unter den Rufen eines Behemoths! Mächtig ist der Behemoth in den Augen der Sonne! Aber noch mächtiger ist er, durchdrungen von der Macht der Schatten! Lass diese hier, die Intrigen gesponnen hat, die erste sein, die stirbt! Lass sie die erste sein von tausenden! Oh oh! Jetzt... Interessant. Alter. Was ist? Was ist denn, wenn ich so eine Strecke gegen ihn ansetzen? Geschafft! Noch eine Säule und die Plattform kommt runter. Und damit auch meine Waffen. Werder geht's noch? Ja, dann kommen wir her, du. Mhm. Immer her mit dem Staff. Oh, da. Ach so. Na, wartet mal. Tadaa. Ach so, ich habe keinen. Keinen Fokus mehr. Dieser Behälter in seinem Bauch. Wie büsche ich auch nicht. Uh. Uhhh Opa la Que vera to Uhhh So, in der Zwischenzeit vor der Wegrennen kann ich herstellen Hör aufpassen Er hat einen Eisbehälter auf dem Rücken Kryopfeile sollten ihn hochjagen Aber keine Kryopfeile Na, glaub ich's das Na Danke Tja Kumpel Sehr schwierige Gegner warst du ja nicht Seid still Ok Schatten Tötet sie Ja, wäre auch zu einfach gewesen, nur einen der Gegner zu haben Tötet sie Warum überlässt du es ihnen? Hol mich doch selbst Na, wäre es viel zu fäge Huh? LOL Alter, Plotwist Silence Ja, Silence Er hat Freunde mitgebracht Die gehen da ab im Stadion Verräter Alter Ich hab grad Glänsehaut bekommen Alter, ich hab grad Glänsehaut bekommen Das soll's ur-episch waren Und die, wo seh ich im Hintergrund Boah Theatralik pur Welch ein Heldentum Du bist hier Wirklich hier Hast dein Leben riskiert Ja, natürlich Wenn du stirbst Wird uns der Heilige Berg niemals seine Geheimnisse enthüllen Dann hast du deine Zeit verschwendet Helis zerstörte meinen Fokus Und auch die Alpha Registry Keineswegs Ich habe jeden einzelnen Datensatz kopiert, während ich deinen Fokus überwacht habe Ihre Installation auf einem neuen Fokus war ganz einfach Alles Gute, Isaac Papa liebt seinen großen kleinen Mann Du machst es einem unmöglich, dich zu mögen, Silence Aber den brauch ich wohl Finden wir den Ort deiner Geburt Vielleicht sogar den Grund dafür Ja, finden wir die Maschine, die mich erzeugt hat Das willst du doch sagen Ich muss los Warte Ja Wie konntest du mich denn finden, obwohl ich keinen Fokus mehr hatte? Wirklich, Aloy Man muss kein Genie sein, um zu ahnen, dass Helis dich mittags in den Sonnenring werfen würde Ich brauchte zwei Läufer, um es zu schaffen Es hat geklappt Und jetzt ab mit dir Seit wann kannst du Maschinen überbrücken? Seit du diese Technik entdeckt hast Ich musste für die notwendigen Teile natürlich einen Verderber vernichten Aber du hast mir ja gezeigt, wie man das macht Ein weiterer Vorteil davon, dich über deinen Fokus zu überwachen Ehrlich gesagt, die zugrunde liegende Logik ist gar nicht so verschieden von den Riten der Banuk-Schamanen Aber natürlich weiter ausgereift Toll, gern geschehen, schätze ich Helis hat dich im Sonnenring erkannt Du sagtest, du hast die Eklipse unterstützt Nicht, dass du den Mann kennst, der mein... Der mich töten wollte Jetzt weißt du es Der Mann ist eine Bedrohung Also tun wir, was wir können, damit er und Hades nicht siegen Gut Ich werde gehen Was es schlimmer macht Helis hat Eklipse ausgeschickt, um das Heilige Land anzugreifen Die Nora sind schon geschwächt Sie haben keine Chance Du solltest mit mir kommen Auf gar keinen Fall Ich muss ein paar Vorbereitungen treffen Was denn für... Warum frage ich eigentlich, du sagst es mir eh nicht Wenn die Zeit reif ist, melde ich mich Ich melde mich später Und einstweilen Falls du wieder ins Schatten-Karja-Gebiet willst, habe ich hier eine Rüstung, in der dich niemand erkennt Du denkst wirklich an alles, was? Einer muss es ja Helis hat das heißen Als du die Alpha Registry geborgen hast, unten im Zero Dawn Bunker Ich war gemein zu dir Ganz im Ernst Ich hoffe, dass im Innern des Berges jemand auf dich wartet Kein etwas, ein jemand Yeah! Yeah! Okay Okay Na bitte Ah ja So warte mal, Inventar-Outfits Ah! Rar! Sieht sexy aus Einer, fünf Fertikastpunkte Bis dr. Bart Was wird talent stilles mit Das Und das Cool Begib dich zur Uhrmutter Begib dich zur Uhrmutter Warte mal Warte mal Muss ich mich vielleicht jetzt ein bisschen bewegen Na komm, ich will jetzt nicht so weit Hoppa Lass mich wirklich irgendwie in die Nähe davon reisen Bitte! Was kann ich wirklich gar nicht hin? Ah, da könnte ich hin Da kann ich auch noch hin Da kann ich auch noch hin Da kann ich nicht mehr hin Das heißt, da ist das letzte mögliche Reiseziel Okay Okay Na gut, dann reisen wir wenigstens dahin Das heißt, das ist das Das ist das Das ist das Das ist das Das ist das